Im heutigen Roblox Overlook Bay Video gucken wir uns das neue Valentines Event an und mit ihm auch die Valentine Pet Pots. Wir machen einige von den Pet Pots auf und ich wünsche mir einfach so sehr das Valentines Valley Corn, das ein Einhorn ist. Seid gespannt, ob wir es bekommen und was wir uns alles kaufen werden. Und vergesst natürlich nicht den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Overlook Bay. Leute, Overlook Bay hat ein neues Update und zwar das Valentines Festival. Damon und ich werden da gleich hingehen und Pet Pots aufmachen. Valentine Pet Pots, Leute. Es ist so unfassbar cool. Ich habe mich schon ein bisschen informiert und es ist wohl so, dass man nicht immer einen Valentines Pet Pot bekommt, sondern man kann auch Crate Pots bekommen und hat auch eine Chance auf ein spezielles Tier, das irgendwie nur da droppt. Leute, ich bin einfach so mega gehypt und es sieht alles so unfassbar toll aus. Aber als allererstes gucken wir mal ganz kurz bei den Häusern nach. Ich habe ja noch nie ein Haus gekauft. Ich werde mir auch jetzt kein Haus kaufen, Leute. Ich habe nur 21.000. Das ist irgendwie nicht so viel, Leute. Und es gibt ein neues Haus und zwar das Cupid's Castle. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch mal ein Bild von dem Cupid's Castle ein, das Wonderwork Studios auf Twitter gepostet hat. Es sieht einfach wundervoll aus, Leute. Und falls ich irgendwann mal 12.500 Gems rumliegen habe, möchte ich das unbedingt kaufen. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich einen Frosch im Hals. Oh mein Gott, Leute. Und ich finde es einfach mega cool, Leute. Und ich hätte wahnsinnig gern ein neues Haus. Mein Problem ist aber, ich habe irgendwie nie genug Gems. Und wenn ich genug Gems habe, dann brauche ich es irgendwie für was anderes. Ich weiß nicht, Leute, ob es euch auch so geht. Ich meine, es ist wirklich nicht schwer, in Overlook Bay Geld zu verdienen. Ich habe da mal einen Guide gemacht. Den verlinke ich euch irgendwo im I. Jetzt vielleicht. Sandy aus dem Schnitt. Yay! Aber ich hätte gesagt, als allererstes gehen wir mal zu dem Valentine's Festival. Wir können da direkt hinreisen, Leute. Ihr habt gesehen, was ich gemacht habe. Und dann sind wir direkt da. Guckt mal, Damon. Wir sind beim Valentine's Festival. Ja, ist cool. Ich möchte Halloween. Ja, Damon, Halloween ist erst wieder im Oktober. Du musst noch ein bisschen warten für Halloween. Jetzt haben wir erst mal Valentine's Day. Ich möchte trotzdem Halloween. Ja, es hilft halt nichts, Damon. Was sollen wir denn machen? Was sollen wir machen, wenn du Halloween möchtest? Ich freue mich, ehrlich gesagt, jetzt erst mal auf den Frühling und auf den Sommer. Denn es ist eiskalt. So, hier haben wir als allererstes die mythischen Pets, Leute. Das ist so extrem heftig. Alles, was in diesem Update zu kaufen gibt, kann man mit Gems kaufen. Ihr habt richtig gehört. Es gibt nichts für Robux. Ich bin mir jedoch nicht unbedingt sicher, ob das eine super tolle Idee ist oder eine super tolle Sache ist. Denn die Ladybug kostet 8500 Gems. Wenn wir mal ganz kurz nachgucken, was 8500 Gems kosten, dann müsstet ihr euch theoretisch 10.000 Gems kaufen. Das wären 3.250 Robux. Der mythische Drache hat 1.000 Robux gekostet. Von daher ist dieses Pad irgendwie fast dreimal so teuer, wenn man nicht unbedingt, ich weiß nicht, 150.000 Gems oder so übrig hat. Ich habe es nicht. Ich muss aber auch sagen, mir gefällt das erste Pad und das Shiny Pad sehr, sehr gut. Das Rainbow Shiny gefällt mir gar nicht so gut. Von daher werde ich jetzt arbeiten dran, dass ich mir drei davon kaufen kann. Also ich habe jetzt 21.000, aber wir möchten jetzt Pad Pots aufmachen, Leute. Okay. Wenn wir hier weitergehen, haben wir Coco Valentine, was richtig cool ist. Falls ihr mega, mega viele Gems habt und keine Ahnung habt, wohin damit, könnt ihr eure Pets damit leveln. Für 750 Gems bekommt ihr 100 Packs XP. Das ist richtig, richtig viel, Leute. Richtig viel. Wirklich. Und dann hier haben wir noch den Cupid's Bow, der ist godly. Der kostet 1.500. Das Problem an dem Ganzen ist, den müssen wir kaufen, denn mit dem können wir die Sachen hier abschießen und dadurch wieder Gems bekommen. Am Tag, Moment, ich zeige es mal ganz kurz. Am Tag müssen wir das irgendwie zehnmal machen hier. Shoot and destroy all 10 Targets with your Cupid's Bow. Also zehn Stück müssen wir treffen und dann bekommen wir 100 zurück. Ich nehme mal an, wenn wir das jeden Tag machen, dann haben wir den irgendwie am Ende des Tages umsonst bekommen. Hoffe ich zumindest, weil ansonsten war es irgendwie eine teure Angelegenheit, hätte ich gesagt. Dann gibt es hier ein Gefährt. Es kostet 1.000 Gems, der Cupid's Buggy. Und hier, Leute, gibt es ein neues Hoverboard. Das müssen wir uns sofort kaufen, denn das ist extrem cool. Und es sieht einfach viel schöner aus als das, das ich davor hatte. Hier haben wir dann die Pets und die Vehicle Crates. Ihr seht, was wir hier alles bekommen können. Ein Swirly Lolli, ein Rainbow Lolli, eine Coco Bar, eine Berry Bar und ein Valley Corn. Leute, ihr wisst bestimmt, was ich gerne hätte. Ich hätte unfassbar gerne ein Valley Corn. Und ich hätte gesagt, wir versuchen das jetzt zu bekommen. Wie können wir das bekommen, fragt ihr euch gerade. Ganz einfach, wir müssen mit Cupid sprechen. Der sagt mir, ich kann das kaufen. Wir sagen yes. Und, oh Gott. Was macht er jetzt? Oh mein Gott, er holt uns einen Valentine's Pet Pot. Es ist so potzig. Habe ich den jetzt bekommen? Ja, oh mein Gott. Buy another. Ja, 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 ja. Bitte noch einen. Ich möchte bitte noch einen. Und, oh mein Gott. Ein Collectible habe ich bekommen. Guckt mal, das habe ich nur 10%ige Chance. Hätte ich da gehabt. Ein Valentine's Teddy Plush. Okay, wir kaufen noch einen. Oh mein Gott, Leute. Es tut mir leid. Ich bin vollkommen hysterisch. Uh, ein Skateboard. Aber ich meine, letztendlich hätte ich gerne noch einen Pet Pot, dass wir zumindest zwei Pet Pots aufmachen können, Leute. Wir probieren es einfach nochmal. Wir haben eine 55%ige Chance. Es sieht nicht gut aus, Leute. Dass wir einen Pet Pot bekommen. Aber bis jetzt haben wir nur einen einzigen bekommen. Wir probieren es, bis wir auf jeden Fall zwei bekommen haben. Und ich habe irgendwas abgeschlossen. Spend 5000 Gems und 2500 Player Experience. Nice. Okay, wir kriegen jetzt immer nur diesen Scooter. Hm. Leute, ich habe heute aber auch kein Glück, ne? Och nein, jetzt kriege ich wieder den Teddy. Was ist denn mit mir? Oh nein. Leute, ich hätte zumindest gerne zwei Pet Pots gehabt, dass ich zwei Pet Pots aufmachen kann. Aber das sieht gerade nicht gut aus. Aber falls ihr auf Nick Roll auch... Oh ja, ich habe noch ein Pet Pot bekommen. Falls ihr auf Nick Roll auch aktiv seid, auf meinem Pferde Gaming Kanal, da hatte ich heute auch so unfassbar viel Pech, Leute. Dass es gar nicht mehr, ähm, dass es gar nicht mehr wahr ist. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir müssen ganz kurz mit Damon ein bisschen fett spielen. Hol den Ball, Damon. Warum kann ich denn den Ball nicht schmeißen? Ist der mit mir? Ich habe Probleme. Und alle so wussten wir jetzt. Hol den Ball, Damon. Brümer. Oh mein Gott, hier ist der Pet Pot. Ist der nicht mega hübsch, Leute? Guckt mal, wie schön dieser Pet Pot aussieht. Jetzt wartet mal, wir nehmen mal einen in die Hand. Oh mein Gott, guckt euch diesen Pet Pot an. Der ist wunderschön, oder? So, könnt ihr bitte alle mal ganz kurz den Like-Button drücken und kleine süße Einhörner als Emojis in die Kommentare schreiben, dass wir tatsächlich auch ein Valleycorn bekommen. Wir haben eine 5%ige Chance. Das ist quasi nichts, Leute. Aber wenn wir alle ganz fest dran glauben, dass da jetzt ein kleines Valleycorn drin ist, das ist übrigens ein kleines Valentins-Einhorn, Leute, dann können wir es wahr machen. Oder was sagt ihr? Ich hätte gesagt, wir schaffen es. Oder bitte, bitte sei ein Valleycorn. Dann habe ich alles erreicht. Dann habe ich alles erreicht am heutigen Tag. Oh Gott, Leute, bitte, bitte. Es ist ein Rainbow-Lolly. Ach, du bist ja putzig. Okay, Leute, das war der 30%. Guckt mal hier. Und jetzt wird es dunkel, natürlich. Wir haben noch einen Rainbow, nein, einen Valentines-Pet Pot. Die sind so unfassbar schön. Wir schmeißen ihn und gucken, was drin ist. Wir haben noch eine einzige Chance, Leute. Und dann müssen wir neue kaufen. Oder, oh Gott. Oh mein Gott, bist du süß. Das ist nicht dein Ernst. Bist du süß. Was bist denn du? Du bist die Berry-Bar. Oh mein Gott, Leute, wir haben so viel Glück. Wir machen noch welche auf. Wir machen noch welche auf. Wir brauchen Pet-Pots. 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 Ja, ja, ja. Okay, wir haben gleich noch einen Pet-Pot bekommen. Das ist richtig nice, Leute. Yes. Ach man, wir haben nur noch 12.000. Ja, noch einen Pet-Pot. Oh mein Gott, wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt erst drei Pet-Pots. Oh mein Gott, Leute. Das kostet alles so unfassbar viel Geld. Wir versuchen noch fünf Pet-Pots zu bekommen. Ich weiß nicht, ob wir... Oh mein Gott. Das ist voll das krasse Gefährt. Ja, nice. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch drei weitere Sachen, oder? Drei weitere Sachen und das Valley-Corn, hätte ich gesagt. Komm, wir schaffen's, Cupid. Komm an. Ja, noch ein Pet-Pot. Mega, mega nice, Leute. Okay. Wir schaffen das. Glaubt ihr an uns? Äh, no. Und alle so, äh, nein, Sandy, wir glauben nicht an dich. Ja! Jetzt läuft's, Leute. Jetzt läuft's. Jetzt haben wir insgesamt fünf Pet-Pots. Und haben noch genug Kohle, dass wir uns noch die kleine Ladybug kaufen hier. Wir kaufen uns auf jeden Fall jetzt mal die kleine süße Ladybug und statten die auch gleich mal aus. Oh, sie ist vielleicht putzig, Leute. Guckt mal. Oh mein Gott, ist sie süß. Warte, wir können sie auch in die Hand nehmen. Oh mein Gott. Wie süß ist sie denn bitte? Oh mein Gott. Gut, aber 8500 Gems ist schon richtig heftig. Aber, Leute, vielleicht bringt uns die kleine süße Lady jetzt auch ein bisschen Glück, wenn wir die fünf... Wir haben sechs. Wir haben sechs Pet-Pots. Ich hätte gesagt, wir behalten aber auf jeden Fall einen zum Sammeln, Leute. Und wir gucken einfach mal, was hier drin ist. Vielleicht haben wir Glück und es ist das Valley Corn drin. Nein, nein, es ist nicht. Ist es nicht, Leute. Wir haben den leider schon gehabt. Wir gucken beim nächsten Pet-Pot rein. Bitte, ich möchte einfach nur das Valley Corn, sonst nichts. Ist es der Carmen? Okay, jetzt haben wir den Carmen bekommen. Der heißt Swirly Lolly. Okay. Wir brauchen jetzt noch die Chocolate Bar und das Valley Corn. Dann hätten wir alle Pets. Und dann wäre ich definitiv wunschlos glücklich, Leute. Das letzte Pet. Hm, wieder der. Also, ich hätte gesagt, ich habe jetzt genug von dem. Ich habe jetzt irgendwie nur die bis jetzt. Nein, Leute. Das sieht nicht gut aus. Oh, no. Oh, Gott. Das ist genauso wie mit den Robins in Adopt Me damals. Da habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe da Videos dazu gesehen, wie alle nur Robins gezogen haben und sonst nichts. Und ja, guckt mal, ich kriege nur die raus. Oh, mein Gott. Das ist ja mega anstrengend. Okay, wir haben noch einen. Ich wollte den eigentlich behalten, aber egal. Wir schmeißen ihn jetzt mal. Oh, mein Gott. Das ist enttäuschend. Aber 5% ist halt einfach auch nicht viel, ne? Ja, wir bekommen nur diesen einen Lolli. Und jetzt gehen wir noch zum Wishing Well, Leute. Denn das Wishing Well hat auch ein neues Pet. Und zwar einen Teddy. Den habe ich auch. Oh, da ist für die... Oh, mein Gott. Wir müssen es kurz erschießen oder abschießen. Erschießen klingt auch gut. Wartet. Schwupp. Yes. Wir haben ein neues Pet. Und zwar... Seht ihr den? Den Cupid's Teddy. Der ist mega putzig. Ich habe im Moment keine kostenlose Wische mehr übrig. Aber ich habe 15 Wische geschenkt bekommen. Das heißt... Oh, mein Gott. Ist der putzig. Wir probieren es einfach mal, ob wir Glück haben. Und wisst ihr, was ich jetzt vergessen habe? Ich habe vergessen, meinen mystischen Drachen auszustatten. Das heißt, wir machen das jetzt mal ganz schnell. Denn mit meinem mystischen Drachen habe ich einfach eine erhöhte Chance. Das heißt, wir machen das einfach nochmal jetzt mit unserem mystischen Drachen. Und gucken, ob wir den kleinen Cupid's Teddy bekommen. Ich glaube nicht, Leute. Denn heute ist einfach... Ja, nicht mein Tag, hätte ich gesagt. Es ist definitiv nicht mein Tag. Ja, seht ihr? Ich bin hier in toller Gesellschaft. Und was bekomme ich? 50 Gems. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie findet ihr das Update von Overlook Bay? Ich finde es richtig klasse. Oh, mein Gott. Ich bin so begeistert. Ich versuche immer noch händeringend, meine Drachen shiny zu bekommen. Aber das Ausleveln von Legendaries und mythischen Pets hier in Overlook Bay dauert so unfassbar lange, Leute. Ich bin leider immer noch nicht fertig. Wenn ihr sehen wollt, wie ich weitere Valentine's Pet Pots aufmache. Ich hätte gesagt, am Ende des Events, Leute, dann kann ich jetzt ein bisschen Geld sparen. Dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Like und lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!